Hallo Leute, willkommen zu dem Ende, eventuell, was heute stattfindet. Jetzt! Weil, ja, es war nicht früher. Ich glaube, jetzt sind wir, wenn es eigentlich passiert. Da ist ein Pfeiler, ein Mütter, das ich für uns konnte. Ich konnte es nicht. Jetzt haben wir eine Plattform, da hinten eine Plattform, aber das ist sehr interessant. Ich habe nicht nur noch auf dem Moxen gehen. Ich habe nicht mehr Plattformen, das ist schön. Ich hab hierhin ge-Hitt. Ich habe hierhin im Ball, das ist ja Moment. Ich habe hierhin ge-Hitts. Ich habe hierhin ge-Hitts und in den Schiffen gehad. Okay, das war jetzt nichts. Jemand hat einen Schiff, der Schiffreit erhit. Ich würde gut machen gerne mit dem Blumen. Ok dann besser zu. Das ist nur noch sieh so gut. Ich werde mit mir nur noch zu Lic�. Ok dann statt etwas Unbeschon. ... und er wird ... ... und ... ... und ... ... und ... ... und ... ... es geht los! ... 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 Ist der Paraglet? Scheiße, wir haben komplette Zeit zerstört Zeit und Traum Oh joh, das kann ich nicht mehr Das ist, glaub ich, die Opfergabe, oder? Oh, genau, weiter Oh, die Musik Oh, das ist ein bisschen Ich bin ein Müll, ich bin ein Müll Oh, das ist ein Müll, ich bin ein Müll, ich bin ein Müll Oh, ich dachte ich nicht mehr, ich bin ein Müll Was ist die Tranker? Jungs, ist sie los? Factories? Weta! Das ist sie. Oh nein. Der kommt mir hin, oder? Der kommt mir hin, oder? Der kommt mir hin, oder? Der kommt mir hin! Zero Point! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt geht's los! Jetzt geht's erst richtig los! Nein! Womit es begonnen hat! Der Komete! Ja, ich will mal sagen, Tschüss, ne? Ja, Ende! Boah, der Zero Point mit Leiden! Ja, dann, äh... Das war's! Bei dem Fall war der Komete... ...und dann, äh... ... und dann, äh... ... und dann... ... und dann, äh... Ach! Scheiße! Ui, ui, ich will mich weg! Tschüss! Uuhuhuhu! Der Bischgeber? Nein, ich weiß nicht, dass ich sie in den Weg da bin. Oh oh, ich kann schon spielen. Oh oh, nein, 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 ich bin nicht. Tommitant. Nein, bitte los. Oh Gott, ja, ich kann schon mal die Abrunde. Tschüss. Sonst jetzt? Spenderling? Bist du da? Ha! Was ist das? Ach so! Manga... Dann... Was ist gerade passiert? Wollen wir mal raus? Oh, es geht weiter. Das wäre auch wenn wir nicht leben würden, das ist hier nicht stopp. Nexu-Sport? Kannst du schon sehen? Kann doch sein. Kann doch sein. Was ist so... Gaia! Wie lange habe ich jetzt bitte dieses Ding? Wir haben nicht den, äh, Besucher oder, äh, Tria geschwungen. Was ist das? Ich will nicht verlassen. Nein. Alter. Wir haben die Map ja komplett... Ich sehe gerade auf Twitter auch mal Leute, wenn sie komplett verwirrt sind mit diesem Ding hier. Was ist passiert? Boah. Ist auch nicht. Du bist sicher, dass du von mir... Nein. Dich nicht. Dich nicht. Unsere Map... Haben wir mal verloren. Aber Alter. Boah. Das war definitiv nicht meine Erachter da. Ich wusste, dass die Rakete wahrscheinlich sind. ein Zero Point ein klein werden würde. Aber nie für der verdammte Komete. Nur mit alles begonnen hat. Oh. Wie schuldig. Das ist wahrscheinlich so lange sein bis wir die Season 11 bzw. Kapitel 2 bekommen. Sopiri. Ja. Hier. Da kommst du auch mal. Ich nehme an, geht heute schon los. Ich hoffe ich mal. Ich möchte kein Plan, die wir, ich hoffe mal einfach... ich würde doch sagen dazu schein ich ist nicht lange dauert bis ich wollte schon äh äh so oft sagen wahrscheinlich nicht lange dauert bis äh ja er wird irgendwas dazu auf Twitter sagen oder so auch vorgott hat doch gerade etwas gepostet ich habe allerdings in ihrem bau zu diesen schwarzen sozusagen gemacht und deren dings kann ich kanalbild profil dieser verschwacht das letzte was man hier sieht ist das Ding alter also ihr Epic ist klar am Start mit Epic oder Games Launcher Alter ich werde Prozent auf jeden Fall hier machte ich gehe mal kurz hier und ich mach mal kurz für euch das verfügbar äh so jetzt müsst ihr das sehen äh hier Tüter und ihr seht das glaube ich ne ja müsst ihr normalerweise so jetzt gehen wir hier auch wenig da folge ich dann runter und runter und runter und runter und runter aus Prozent sie Prozent 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 ihr seht einfach nur dieses Ding Prozent zweihundert auch noch sich tausend Prozent Zuschauer ja ich würde mal sagen gleich portland starten darüber nicht also der app games noch wahrscheinlich verletzte überlaufen ist das ist einfach drei punkte und nix die komplette mer ist weg also ich bin wirklich gespannt wie jetzt auch die sie sind allerdings 11 also mit zwei rüber gewechselt wird nämlich mal wirklich gespannt aber ich würde sagen für das erste es war es war mit dieser folge wir sehen uns im nächsten video nichts von natürlich wo dann was auch immer wie das passiert über alles ging halt was passiert ist in der zwischenzeit zu 19 ich habe wahrscheinlich also sagt man etwas ich würde wahrscheinlich auf twitter aktiv sein was das update angeht das ist diesen 11 kapitel immer halt jetzt also wenn ihr auf dem laufen wollte bleiben als dann schon bei mir vorbei und auch bei anderen leuten zum beispiel hier die stelle hier feier monkey foto wie china bia und happy und noch 1 1x weil die haben die lieben heute aber ja ja die app games launchers noch immer am laufen und prozent nicht dann war es das mit dem video wir sehen uns dann bei der nächsten season was zum geier